Wir sagen, wir wollen Jesus wirklich nachfolgen und wir wollen persönlich dazu stehen, wir wollen uns gegenseitig unterstützen und wir gehen auch in die Öffentlichkeit. Ich meine, wenn man das Neue Testament liest, fällt einem ja auf, der erste Konflikt, den die christliche Gemeinde mit einer Regierung hatte, Apostelgeschichte, war, da ging es um die öffentliche Verkündigung. Da war eine Heilung passiert, Aufsehen erregt und dann viele Leute kamen und dann hatten die Regierung immer Sorge, es könnte Spaltungen geben, es könnte Unruhe geben. Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, so. Und dann haben sie den Aposteln verboten, öffentlich davon zu reden. Und die haben gesagt, wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden sollen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es waren schlichte Leute, Punkt, einfach so war es. Und da haben die den Kopf für auf den Block gelegt, sind zum Teil auch. Jakobus ist dann schnell getötet worden von einem verrückten Tyrannen und die Christen sind verfolgt worden. Aber es war für sie keine Frage, wir stehen auch öffentlich dazu.